Schön, dass du einschaltest. Heute möchte ich dir die Lidl Plus App vorstellen. Die finde ich sehr, sehr interessant. Vor allem da gibt es tolle Sachen, wie man halt Geld sparen kann und auch kostenlose Sachen bekommen kann. Und ja, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Versuch wert, das einfach mal zu testen. Egal, ob man jetzt Stamm-Lidl-Kunde ist oder auch nur gelegentlich einkaufen geht. Ist eigentlich ziemlich simpel. Ich zeige dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das Ganze dich registrieren kannst, was du da machen musst. Und dann auch die App natürlich und welche Vorteile es mit sich hat. Also legen wir jetzt direkt mal los. Zuerst gehen wir auf kostenlos registrieren, nachdem wir die App runtergeladen haben. Dann geben wir unseren Namen halt ein. Danach müssen wir halt unsere E-Mail-Adresse eingeben. Rücken wir weiter. Dann muss man als nächstes Geburtsdatum eingeben. Dann halt auch das Geschlecht. Das kann man aber auch rein theoretisch freilassen. Genau, die Adresse muss man nicht eingeben. Die ist optional, also würde ich weiternehmen. Und zum Schluss halt da nochmal auf die Telefonnummer. Da kriegt man dann auch eine SMS zugeschickt. So, dann kommt man einen Code zugesendet. Den Code muss man dann halt einfach eingeben. Dann muss man halt ein Passwort noch für sich erstellen. Nachdem man das Passwort eingegeben hat, drücken wir auf weiter. So, dann gibt es halt gewisse AGBs und so weiter. Ich würde da tendenziell die Einwilligung für Werbung einfach weglassen. Einfach nur ganz unten die Nutzerbestätigung machen. Genau, das Ganze natürlich durchlesen am besten und dann auf anmelden. Du musst da auch nicht so viele Daten angeben. Wie gesagt, eigentlich hauptsächlich nur Handynummer, Geburtsdatum, Name und so weiter. E-Mail-Adresse würde ich halt tendenziell, wie gesagt, nicht angeben. So, dann sind wir schon an der App. Dann zeigt noch keine Kassenzettel. Und das ist halt sehr spannend, weil wenn du damit einkaufen gehst, bekommst du auch einen Kassenzettel. Du hast hier praktisch eine digitale Karte, die du vorzeigst einfach. Die wird gescannt. Dann ist halt interessant, es gibt halt, jetzt hat er hier zum Beispiel schon mal die Adresse drin. Die kann man sich auch festlegen lassen, seine Standardadresse, beziehungsweise wo der Lead in der Nähe ist. Da hat man dann auch gewisse Angebote im Oktober und so weiter. Und das Geniale ist halt, dass man als Begrüßung gleich einen 5-Euro-Gutschein bekommt. Und den kann man gleich einfach aktivieren. Ab dem Einkaufswert von 30 Euro. Da kann man sich auch Bedingungen durchgucken. Da muss man halt mal ein bisschen schauen, dass da so Sachen wie Bücher, Zeitschriften, Gutscheine, Telefon und so weiter, Tabakwaren, eben halt nicht damit reinziehen. Also man kann jetzt hier nicht einfach sich für 30 Euro Zigaretten kaufen und kriegt dann den 5-Euro-Rabatt. Genau. Genau, der ist dann 14 Tage gültig. Und dann hat man natürlich auch immer wieder einfach coole Aktionen. Da gibt man einfach Coupons. Und wie gesagt, da kann man auch mehr Gleise aktivieren. Da hat man halt gewisse Sachen, die man einfach aktivieren kann. Oder zum Beispiel jetzt hier auch Fleischersatz, Veggie zum Beispiel, kann man einfach aktivieren. Ja, verschiedenste Sachen, was einen interessiert. Zum Beispiel Pringets, 46%. Muss man mal gucken in den Bedingungen. Manchmal muss man eben halt nur 1 Euro. Mindestens Einkaufswert. Manchmal hat man gar nichts. Manchmal gibt es auch Gratissachen. Genau, hier sind zum Beispiel Mozzarella-Käse. Ja, verschiedenste Sachen. Ich weiß auch nicht, wie lange die Aktionen immer gültig sind, aber es sind immer jede Woche neue Sachen. Es gibt auch in der Regel immer kostenlose Sachen, aber die laufen dann natürlich auch nach einer gewissen Zeit dann eben halt aus. Dann gibt es wieder was Neues. Genau, einfach mal schauen, ob da was dabei ist. Das kann man halt gelegentlich machen. Man hat die Kassenzettel. Und vor allem die 5 Euro Bonus lohnt sich ja schon bei 30 Einkaufswert. Dann gibt es noch was Cooles. Eben Partner. Zum Beispiel auch Cineplex. Gibt es 55% Rabatt, wenn man da zum Beispiel für 27,50 Euro die 5 Karten holt. Gibt es auch nochmal gewisse Bedingungen. Wir haben Weidegleit auf der Webseite, aber auch andere Sachen wie Pizza hat und so weiter. Gerade aktuell, wenn man sein Auto waschen möchte und so weiter. Es gibt da verschiedenste Sachen. Kann man sich einfach mal anschauen. Finde ich sehr, sehr spannend. Genau. Dann gibt es nochmal hier Rabattsammlungen. Habe ich jetzt gerade mal aktiviert vor Oktober. Und da gibt es dann gewisse Sachen praktisch geschenkt. Da kann man so gewisse Sachen erreichen. Bis 400 Euro gibt es dann verschiedenste Sachen. So Art Challenges, wenn man vor allem für eine Familie, die relativ viel Geld ausgibt. Da sieht man auch zum Beispiel jetzt, was es da in den verschiedensten Stufen gibt. Hier von Kamille, Pfefferminz, Tee, Smoothies, Brokkoli und so weiter Handcreme. Und interessant ist halt ab dem Einkaufswert von 400 Euro dann 10% Rabatt. Aber maximal eben 10 Euro gibt es nochmal. Also vor allem für Familien, die dann Großankäufe machen. So wird natürlich Lidl, die die Kunden an sich binden. Ist eigentlich auch eine coole Sache. Sie ist jetzt, wie gesagt, nur noch sieben Tage gültig, weil der Monat fast rum ist, Oktober. Und solche Sachen gibt es halt immer wieder. Wie gesagt, vor allem die 5 Euro würde ich auf jeden Fall mitnehmen als Startgutsch haben. Und ja, ist eigentlich eine coole Sache. Wie gesagt, hier haben wir auch natürlich Werbesachen drin, allgemein aus der Werbung, Prospekte natürlich drin. Das verbinden die natürlich ja alles in dieser App. Dann ist interessant auch, wenn man praktisch Kassenzettel kauft. Dann gibt es halt so Rubbelose und so weiter. Das heißt, nach jedem Einkauf hat man wieder irgendeine Rabattsache, die dann praktisch generiert wird. Und so möchte natürlich Lidl, dass du öfter kommst. Ebenso durch die wöchentlichen Änderungen von den Coupons, die sich ja immer wieder wöchentlich ändern, gibt es natürlich dann immer wieder auch neue Sachen, dass du möglichst jede Woche halt einkaufen gehst. So wollen die Leute praktisch, so möchte Lidl dich an sich binden. Gibt aber auch da viele Vorteile. Wie gesagt, man kann es gelegentlich machen. Gibt es in der Regel auch keine großen Bedingungen. Einfach mal anschauen das Ganze. Ich finde es eine super Sache. Für gelegentliche Lidl-Käufer ist die App meiner Meinung nach geeignet. Aber ebenso auch für Leute, die regelmäßig einkaufen gehen, die mit ihrer ganzen Familie einkaufen gehen. Die haben natürlich viele Vorteile und ja, gibt es immer wieder coole Sachen. Ja, ist auf jeden Fall eine super Sache, wie ich finde. Gib mir gerne noch ein Feedback, ob dir das Video gefallen hat, ob ich dir gerne noch mal andere Apps auch so vorstellen kann. Wenn ich das Ganze ansieht, dann kann ich öfter mal was in die Richtung machen. Finde ich eine spannende App, wurde auch nicht groß promotet. So kann man auf jeden Fall eine Menge sparen. Dann ist es eine coole Sache. Natürlich muss man sich immer bewusst sein, dass die Daten sammeln von einem. Deswegen würde ich auch vielleicht die Adresse nicht unbedingt angeben, auch nicht, dass man Werbung zuschickt kriegt und so weiter. Das würde ich alles auslassen. Und dann hat man wirklich viele Vorteile. Und ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, ansonsten gib mir gerne auf jeden Fall ein Feedback, ob dir das Ganze gefällt. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Ich wünsche dir nur das Beste. Abonniere gerne den Kanal, teile es natürlich auch gerne mit Leuten und stelle natürlich gerne Leute in die App vor und schicke am besten das Video. Und dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Unterstützung. Ich wünsche dir nur das Beste, dass du mehr Geld hast, mehr Zeit hast und mehr Lebensqualität. Dein Kostenoptimierer. Dein Kosten Civ MIT